Achtung, ich drehe mich. Ja, das wird gemerkt. Das Bild ist ja schon richtig. Ich mache heute nur Fotos. Ja, ich mache auch Video. Das Bild ist ja schon richtig. Das Bild ist ja schon richtig. Na, genießt ihr da oben auch den Sonnenuntergang? Ups, das war jetzt so viel geklickt. Wollte ich nicht. Fingere gucken, wenn es das ist. Guten Abend, ihr Nachbarn. Guten Abend. Sind sie gerade nicht gekommen? Nein, nein. Nein, nicht. Nicht, nicht. Alles punktet bei den Augen. Ich bin hier. Nein, nicht, nicht. Nein, nein. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, jetzt ist er weg. Ja, aber ich muss doch länger aufnehmen, weil dann noch ein Abendrot kommt. Ja, dann kann ich in der Zeit das mit dem vollen schwarzen Mondsichel auch aufnehmen. Warte, hier ist noch nicht unten, die ist noch nicht komplett unten, die ist noch nicht weg, ich werde noch ein bisschen warten. Warte, dann mache ich als erstes das Abendrot, das kommt ja schnell, wie geplant, dann mache ich den Mond da oben, ne? Ja, okay. Gut, weil dadurch habe ich ja schon seit letztes Jahr kein Knibbel mehr mit dir gespielt, weißt du das? Weil mein Finger noch nicht in Ordnung ist, möchte ich ja Montag erst irgendwas. Das meine ich, durch mir, das ist meine Schuld, weil ich dauernd draußen mal die Aufnahme gemacht hatte. Ich habe mit den Nachbarn oben nichts gemacht, die sind einfach reingegangen. Nein, die wollten dich nur aufnehmen lassen. Die hat mich gar nicht gestört, was denkt die überhaupt? Nein, die hat mich nicht reingegangen. Die hat mich sowieso nicht gestört, ich habe auch nicht mehr drauf geachtet. Ja, der Besuch kann mich nicht leiten. Nein, du hast gerade einen Namen gesagt. Du kannst einfach Leute sagen, du kannst einfach Leute behaupten oder verkehrt unterstellen und einfach sagen, was gar nicht stimmt. Und hinterher ist es ein anderer Besuch und was dann? Stimmt, ja. Ich habe jetzt ein Video, ich habe jetzt ein Video nochmal korrigiert, ne? Ich habe das jetzt ein Video nochmal reingesagt und reingesagt und reingesagt. Ich habe das jetzt nochmal, ich habe das jetzt nochmal ein Video, eine Aufnahme da, eine Videoaufnahme nochmal reingesagt und reingesagt. Mal reingesagt und gesagt, dass es irgendein anderer Besuch ist. Und nicht der Besuch, der mir, ich glaube sie sehen Tierkreis oder Sonnenstrahlen. Warte mal, ich muss jetzt näher heranzoomen. Ja, ich sehe Sonnenstrahlen, ein Tierkreislicht. Das sind Sonnenstrahlen, die auf dem Berg rauskommen. Bitteschön. Gut, ne? So etwas ähnliches für ein Tierkreislicht, das sind Sonnenstrahlen, die einfach rausragen. Ja. Wenn ich Pech habe, kriege ich die Sterne heute Abend gar nicht zu sehen, du bitter Venus. Was? Weil die Wolken werden immer mehr, hast recht. Ja, hab du gesagt. Ach, scheiße ist das, dunkel laufen. Dann guckt man nicht. Knall ich gleich schon wieder durch, echt. Was? Ich bin nicht mehr ruhig, nein. Vielleicht die Kranche, da bin ich auch nicht mehr ruhig. Ne? Schrei ich die Kranche so an. Was macht ihr Scheißwügel da oben? Kannst du nicht. Ich lass mich gehen, dass wir das sind. Ciao. Wir sind schon wieder oben. Er willst du das, also? Ich bin nicht mehr ruhig. Ich hinzugefügel da oben. Du bist ihr wenn es auferiert aufgekommen. Du kannst mir nicht sagen, ist schon okay, weiß ich. Du kannst mir nicht sagen, ist schon okay, weiß ich. Warte, ich rutsche. Hätte ich davon anfang an zurückzoomen müssen, ehrlich gesagt. Da die Wolken sind rot. Warum muss ich kein Bescheid geben, dass ich zurückzoomen soll, wo die Wolken rot geworden waren? Sag mal, was soll ich noch alles machen, das weiß ich doch nicht. Du hast doch die ganze Zeit geguckt, dass die Wolken rot wurden. Du bist doch auch hier? Oder nicht? Ja. Es ist doch, wenn ich Bescheid gebe, dass die Wolken rot werden. Du stehst doch hier und siehst es? Oder nicht? Ja. Ja. Das versprochen, mir bei allen Sachen Bescheid zu geben. Aber nicht, wenn du es selber siehst. Ja? Ich habe die roten Wolken da oben zu spät gesehen. Die sind doch jetzt früh genug. Was? Reicht doch noch? So gerade. Er ist rot geworden. Jetzt trotzdem was ab ist, dass ich zurückzoomen soll, dass ich zurückzoomen soll. Weiß ich das, dass du zurückzoomen wolltest? Nein. Jetzt werden wir das sagen müssen. Du solltest mir auch wenigstens sagen, dass die Wolken da oben rot sind. Hallo. Du stehst mit hier drauf. Du siehst es. Du hast die Wolken noch die ganze Zeit gesehen? Ja. Ist noch früh genug, ey. Fauch mich nicht an. Fauch mich nicht an. Na, wenn man das Küchenfenster auch noch was sieht. Sieht man im Küchenfenster auch noch was? Sieht man im Küchenfenster auch noch was. Sieht man im Küchenfenster auch noch was? Sieht man im Küchenfenster auch noch was? Aber im Küchenfenster müsste es noch ein bisschen rot gewesen sein, richtig? War ein Küchenfenster ein bisschen rot gewesen? Ja hier vorne ein bisschen rot, aber nicht in der Küche da. Ja, ich meinte ob im Küchenfenster auch rote Wolken waren. Ja, da, die, die da vorne sind, nicht hier. Und hier vorne die? Und hier vorne die roten Wolken? Waren die auch im Küchenfenster? Nein. Ja hier vorne die roten Wolken, da, wo ich drauf zeige, die du die ganze Zeit sehen tust, die ganze Zeit siehst. Am Küchenfenster meine ich. Die sind nicht rot, nochmal. Aber im Küchenfenster auch rote Wolken sind. Nein, ich wiederhole mich nicht. Was ist dein Küchenfenster rot? Gar nichts, schwarze Wolken kommen. Und da hinten, da rot? Da ist rot, da siehst du, da. Am Küchenfenster auch? Was habe ich denn gerade gesagt? Das Küchenfenster ist gar nicht rot. Nein. Nur hier, richtig? Aber das sieht man aber auch vom Küchenfenster aus, das da. Das siehst du nicht hier, das, vom Küchenfenster aus. Das siehst du nicht. Das sieht man nicht vom Küchenfenster aus? Nein. Hast du vorhin geguckt? Ja. Hast du vorhin nachgeguckt? Ja. Hast du vorhin nachgeguckt? Hattest du vorhin geguckt am Küchenfenster? Hattest du vorhin im Küchenfenster nachgeguckt? Häufig. Hast du vorhin im Küchenfenster nachgeguckt? Ob der Himmel auch rot ist? Ja, sag mal. Ja. Und ist? Nein. Nur das. Ist der Himmel rot? Sag mal ey. Ist der Himmel am Küchenfenster rot? Was habe ich denn gesagt? Ist am Küchenfenster der Himmel rot? Was habe ich denn gesagt? Nicht so frech sein. Nein. Ist am Küchenfenster der Himmel rot? Am Küchenfenster ist der Himmel rot? Ist der Himmel am Küchenfenster rot? Am Küchenfenster ist der Himmel rot? Wir dürfen da nicht fotografieren. Nein, ist er nicht. Ist der Himmel am Küchenfenster rot? Nein. Nein, ist er nicht. Ich überhole mich nicht. Aha. Hier ist ein bisschen mehr, ne? Ja. Hier. Am Küchenfenster gar nicht. Hm. So kann ich. Hier komme ich nicht mehr. Hm. Ich kann der Mond nicht auf dir. Der ist bedeckt. Was soll ich machen? Ja gar nicht. Oh, die Sterne sind auch da bedeckt. Was soll ich machen? Ja gar nicht. Es gibt Bewölkung. Habe ich doch gesagt. Es gibt nachher Schnee. Die Ruhe. Verme ich doch nicht. Er hat mich doch nicht. Die Ruhe. Deine Ruhe. Das ist aber gut. Der ist eins. Das ist die Ruhe. Die Ruhe ist aufsindereise. Die Ruhe ist nicht. Das ist so. mein armband auch fest, guck mal nach bitte ich schlage davon nicht aus, komisch es ist doch silber oder was? weiß ich nicht. ja, dann schlägt sie doch aus beim Modeschnuck. weiß ich. kann ich ja nicht verfahren. Ups, das waren sechs Bilder. drei, sechs Bilder. Töne Töne Vielen Dank. Ach, dann musst du wieder weg. Mom! Wo ist der Moment, ist er zu sehen? Nee. Da ist er wieder. Na warte. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jupiter kommt gleich noch zu Vorschein. Gleich kommt noch Jupiter, genau. Der Mond ist wieder nicht so sehr, was ich... Da ist die Wolke vor. Oh, da ist er wieder. Ja. Bitte. Dann gucken wir auf die nächsten Wolken. Der leuchtet auch schon der Mond. Pass auf, jetzt zeige ich dir einen ganz genialen Trick, da ist hier die Skala, hier ist die Skala zu sehen, hier ist die Skala zu sehen. Pass auf, jetzt gehe ich zu dem Mond. Das war ja dunkelaufen. Da ist er. Da ist er. Da war ja gerade dunkel laufen, da hat er in eine Wolke reingesummt, in eine Wolke reingesummt. Ach so macht man das, hast du gesehen? Ja. Das ist der Trick, das ist der Trick, das ist der Trick, das ist der Trick, den ich mache. Das ist der Trick, den ich mache. Geht das schon wieder zu, oder was? Geht das ja. Da kommt aber gleich wieder. Ja, da kommen nur noch mehr Wolken, aber da kommen sogar von rechts, guck mal die Wolken. Guck mal, was das für Wolken sehen, die da kommen. Gleich. Geht das Bild nicht scharf.